Okay. Mabel, was machen wir mit dir? Was denn? Ich habe gar nichts. Katzenfutter wolltest du mir geben. Also, logische Schlussfolgerung, ich kann nicht geordnet werden. Ob ich an Tierleckerlis komme? Woher kriegt man sowas? Ich habe keine... Rabe sagt ja. Warum ja, Rabe? Rabe hat noch welche. Woher hast du die? Ich will ja nicht drüber reden. Wie viel hast du noch? Weiß er nicht. Kannst du gucken? Könnt ihr mir die zu meinem Haus bringen, bitte? Ja, wir besorgen die kurz und Rabe sagt, er hat noch welche. Denk mal so fünf bis zehn Minuten sind wir bei dir. Hast du die dabei? Ja, kriegen wir hin. Super. Bis gleich. Tschüss. Ich glaube, wir sollten ihm eine Chance geben und ihn... Wie? Dem wurde, nachdem er zum Edwin wurde, wurde dem tagelang von Leuten der Start gezeigt. Er wurde in Situationen gebracht, durch die er sich hätte erinnern können, wer er mal gewesen ist. Dem wurden Orte gezeigt, dem wurden Geschichten erzählt. Der war in Ausnüchterung, der war in Entzug, der war bei den Medizinern, der war im Therapiezentrum von den Medizinern, der ist in der Klapsmühle gewesen, der ist im State gewesen, der hat alles Erdenkliche hinter sich. In der Zwischenzeit ist aber Zeit vergangen. Eine Sache hat er nicht hinter sich. Porter Boarding? Ich habe es nicht versucht. Ich bin immer seine Bezugsperson gewesen. Mhm. Ich glaube, du hast die beste Chance. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, das schuldest du ihm für alte Zeiten oder sowas. Du hast ihm so viel gegeben. Ja. Du schuldest ihm nichts. Aber... Mahlzeit. Hallo. Ich glaube, es wäre schon... Was ist denn wieder hier? Sind es die für Menschen Unverträglichen? Mhm. Gibt es immer welche? Kann... Oh mein. Ich gebe mir eine halbe Stunde, wenn es nicht hilft, probiere ich die Leckerlis. Ich muss mich kurz umziehen. Er ist einfach in meine Schrottfente gefallen. Ist er nicht. Was wäre wenn? Ist er nicht. Ach... Viel Glück. Danke. Warte mal so Stahl hat er. Ich ziehe. Das wird so ein... Ah, okay. Okay. Ich... Ich... Nehme den mal mit. Jo, Melvin. Ja. Wir haben einen Ausflug. Boah, echt? Mhm. Wo geht es hin? Ja. Ne, zeige ich dir. Komm mit. Schauen wir mal. Vielleicht kommen sie heute Abend noch an den Genuss. Ja, Katzenfutter. Ja, Katzenfutter. Das wäre super. Ja, Katzenfutter. Das wäre super. Ja, ich kann kein Auto fahren. Ich versuche mein Leben nicht an den Griff zu kriegen, aber es ist voll schwierig. Ich werde doch gestern haben mir die roten Namen, diese rote Leute, weißt du? Die waren eigentlich voll nett, aber die haben mir, weiß ich nicht, Koks gegeben und Schnaps und so. Einer hat mir 1500 Dollar gegeben, damit ich sage, ich werde der Vater von Blake. Ich habe keine Ahnung wer Blake ist, weißt du das? Das Ding ist, Melvin, den Leuten ist es nur daran gelegen, dich zu schikanieren. Wieso? Weil die Leute scheiße sind. Die sehen irgendjemanden, der augenscheinlich einen im Tee hat, weil er sich nur mal gerne ein bisschen Schnaps gönnt. Und dann versuchen die dich zu verarschen. Und das ist nicht cool. Ich lasse mich nicht gern verarschen. Ich fetz die wie Pulled Pork. Wirklich? Nee, ich habe gesagt, ich fetz die wie Pulled Pork. Warte nochmal. Ich fetz die. Ich mach die kaputt wie Pulled Pork. Ach du fetz die wie Pulled Pork. Der kriegt die Zähne auseinander. Ich habe verstanden, ich kenne Stevie Pulled Pork und ich denke wir hätten so einen bescheuerten Namen. Wir haben eine Holding gegründet, das heißt wir helfen jungen Unternehmen auf die Beine. Dann zu gucken, dass es bei den... Super, ich will den Katzenfuttervertrieb aufmachen. Haben Sie einen Fessel? Oh, schon. Wenn du denkst, dass das Erfolg haben kann, können wir da auf jeden Fall drüber reden. Oh ja, die Suchtmittel da drin, ne? Wir hauen da richtig Suchtmittel rein und dann geht das richtig ab. Das sieht hübscher aus. Hm. Wir gehen mal rein. Setz dich, Melvin. Wohin? Ist egal, wo immer du möchtest. Kann ich mit zu dir aufs Sofa? Na klar. Ich rutsche. Okay. Ich würde dir gerne eine Geschichte erzählen, Melvin. Ja? Ich habe mal einen Typ kennengelernt. Ist schon ein paar Jahre her. Und den habe ich ähnlich kennengelernt wie dich. Es war ein Typ, der gerne einen über den Durst getrunken hat, der auf der Suche nach Schnaps gewesen ist. Und der hatte auch immer Bock auf Katzenfutter. Voll lecker, ne? Wirklich. Ja, und dann, als ich... Weißt du, bei uns ist das so gewesen, dass wir aus verschiedenen Schichten kamen. Und er hat auf der Straße gelebt und ich war ein wohlhabender Typ, der alle alles hatte, was man sich irgendwie hat vorstellen können. Und eigentlich ist es so, dass Menschen aus derart verschiedenen Gesellschaftsschichten gar nicht zueinander finden. Aber ich habe in dem was gesehen, was mich begeistert hat. Ich habe den für einen guten Typen gehalten, weißt du? Also habe ich den bei mir aufgenommen. Ich habe ihm bei mir Essen gegeben. Ich habe ihm Geld gegeben. Ich habe ihm einen Job gegeben. Und ich habe versucht, dass er sein Leben irgendwie in den Griff bekommt. Weil ich finde, jeder im Leben hat eine zweite Chance verdient, weißt du? Und je mehr ich diesen Menschen kennengelernt habe, desto mehr wurde mir klar, hey, das ist nicht einfach irgendjemand für mich. Das ist nicht einfach irgendein Typ, den ich von der Straße geholt habe. Sondern er ist ein Freund. Und er ist nicht nur irgendein Freund geworden, sondern er ist mein bester Freund geworden. Und wir waren immer super verschieden. Und hatten natürlich verschiedene Ansichten. Aber ich bin immer für ihn eingestanden, selbst wenn andere Leute Differenzen mit ihm hatten. Und selbst wenn meine eigenen Mitarbeiter ihn gerade zum Tode nicht ausstehen konnten, bin ich derjenige gewesen, der sich hinter ihn gestellt hat. Weil ich gesagt habe, derart kann man nicht mit meinem besten Freund reden. Und ich habe ihn auf meiner gesamten beruflichen Laufbahn, habe ich meinen besten Freund mitgenommen. Und natürlich war das immer ein bisschen merkwürdig. Und die Leute haben über mich geredet. Ich habe gesagt, guck mal. Der hat einfach jemanden von der Straße geholt. Jemanden, der Katzenfutter gegessen hat. Und der sein Leben lang damit verbracht hat, oder viele Jahre seines Lebens damit verbracht hat, zu saufen und nicht auf die Beine zu kommen. Aber es ist mir scheißegal gewesen, was die Leute gesagt haben. Denn ich habe diesen Mann nicht in demjenigen gesehen. Sondern ich habe einen von mir darin gesehen. Jemanden, den ich geschätzt habe. Den ich wahnsinnig wertgeschätzt habe. Und den ich unbedingt in meinen Reihen haben wollte. Weil er mein Freund wurde. Kann man mitmelden, ich zeig dir was. Da vorne haben wir drei Stühle hingestellt. In der Mitte saß ich. Und links und rechts neben mir saßen zwei andere Mitarbeiter von mir. Auch Freunde. Und der, von dem ich dir gerade erzählt habe, ist immer ein kleines bisschen kurz gekommen. Ich saß auf der einen Seite und der saß auf der anderen Seite. Aber eigentlich hätte er verdient gehabt, mit auf der anderen Seite zu sitzen. Ich habe mir immer ein bisschen gewünscht, dass irgendwann der den Platz direkt neben mir einnimmt. Im Stuhl neben mir. Und dann irgendwann haben wir den Hals nicht voll bekommen. Wir wollten natürlich uns beruflich weiterentwickeln. Größer hinaus und mehr Geld, mehr Macht, mehr Einfluss. Und das Ganze konnten wir erreichen. Wir haben die Leitung von einem Casino an uns genommen. Und dort hatte ich den Eindruck tatsächlich, dass mein bester Freund, von dem ich dir erzählt habe, richtig aufgeblüht ist. Casino, alles war am glitzern. Der Laden war voll, die Leute waren am spielen. Und derjenige, auf den alle mit dem Finger gezeigt haben, als er auf der Straße lag. An dem die Leute vorbeigegangen sind, wenn er sie nach was zu essen gefragt hat. Der ignoriert worden ist von anderen Menschen. War derjenige, der jetzt das Sagen hatte. Der anderen Leuten im Casino erzählen konnte, was sie zu tun und zu lassen haben. Leute von links nach rechts geschickt hat. Der, der sonst komplett ignoriert worden ist. Dem irgendwelche Leute erzählt haben, er hätte keine Daseinsberechtigung. Und weißt du, ich habe in einigen Punkten in meinem Freund, habe ich mich einfach selber wieder gesehen. Denn auf ihn wurde die ganze Zeit mit dem Finger gezeigt. Und auf mich wurde die ganze Zeit mit dem Finger gezeigt. Allerdings aus anderen Gründen. Ich hatte nicht viele Freunde. Denn ich bin nicht dafür bekannt, dass ich Leute unbedingt gut behandle. Ich habe einen sehr kleinen Freundeskreis, aber dafür einen sehr guten. Kann mir mit Geld alles kaufen. Ich fahre die teuersten Autos. Ich habe die teuersten Immobilien. Ich habe alles, was ich mir nur erträumen kann. Aber weißt du, was man sich nicht kaufen kann? Zeit. Zeit, die man miteinander verbringt. Und die ist für mich eine der wichtigsten Dinge in meinem Leben. Und wenn ich diese mit meinen Freunden verbringen kann, dann ist mir diese umso wichtiger. Ich gehe also auf meinen Freund zu. Und bin froh, dass er wieder da ist. Und habe gedacht, heute wird ein guter Tag. Und ich gehe zu ihm. Will wissen, wie es ihm geht. Was er macht. Wo er war. Weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich habe gedacht, mir wäre irgendwie was passiert. Und die Person sagt mir, ich heiße Melvin. Und das war der Moment, wo es mir das Herz gebrochen hat. Der Melvin, die gefälschten Papiere, mit denen du rumläufst. Ja? Von Noah McGregor. Noah McGregor ist mein Freund gewesen. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Du weißt auch nicht, woher du... Vielleicht haben die mir die falschen Papiere gekriegt. Weiß ich nicht. Hm. Du hast keine Ahnung, wo der ist, nein. Weil er... Nee. Nee, wirklich nicht. Das ist der Grund, warum ich dich mitgenommen habe, Melvin. Weil ich... Weil ich ein bisschen die Hoffnung habe, dass du mir Aufschluss darüber geben kannst. Denn... Ich vermisse meinen Freund. Ich war sechs Monate in U-Haft. Mit einer riesigen Beule am Kopf. In Mexiko. Und dann haben die mich einfach rausgeworfen. Ich weiß nicht, was los ist. Und die Sachen haben die mir in die Hand gedrückt. Und ich will an mir arbeiten, wirklich. Ich habe viele Probleme, das sehe ich ja ein. Aber... Das ist nicht so einfach, ne? Ich meine... Ich versuche schon Autofahren zu lernen. Und dann werde ich an dauernd von der Polizei angehalten. Oder... Ich weiß, ich könnte an dem Knast. Und ich... Das ist nicht einfach alles für mich. Für mich auch nicht mehr werden. Aber... Ich will dir zeigen, dass ich dein Freund bin. Ja. Komm her. Du hast mich noch was gefragt. Katzenfutter. Ja. Katzenfutter. Kannst du welches? Das habe ich dir natürlich mitgebracht. Danke. Das ist mega lieb von dir. Ja. Brauchst du was zum Runterspülen? Ja. Da vorne kannst du dir eine Flasche Schnaps nehmen. Oh ja. Geil. Ja. 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 Was kommt mir weg? Die Sache mit dem Freund war mein Ernst. Untertitelung. BR 2018